Europa Cup Finale war, im Meerkampf, ist Vasu Zavaridou, die auch in drei Finals stand. Diesen Sprung werden wir noch öfter und häufig sehen. Das ist der, den die Mädchen auch dann, wenn man mit Kindern arbeitet. Aber das ist kein spezifisches Turnenproblem. Das kennt die Tennis-Szene auch. Das kennt das Schwimmen, das heißt Kunstlaufen. Ja, jetzt war die gebückte Variante deutlich.